Vielen Dank, Freunde! Applaus für Sven, Christoph, Benni, Fuchs und Henne. Wir haben euch hier eingeladen, sogar zweimal, damit ist das Jahr schon verbucht. Im Sommer solltet ihr zu unserem Festival kommen. Firebirds Festival, 30. Juli bis 2. Juli, Schloss Trebsen und am 2. November in der Arena. 25 Jahre Firebirds mit unserem Rockestra. Ihr seid herzlich eingeladen. Wir bedanken uns bei Leipzig, weil es uns immer so gut gefällt, dass wir wenigstens einmal im Jahr hier im Freien spielen können. Das ist doch herrlich. Also vielen Dank Leipzig! Applaus für alle, die neu hinzugekommen sind. Am Piano, heute Abend für euch, der Alexander Tastetai. Und heute Abend für euch, der Krusty Funk Friday. Und Hony Horns, Gerd Plankl. Am Wachs, Konrad Schöpel. Und an den Drums, Ido Gänsel. So Freunde, und jetzt würden wir theoretisch noch was spielen, aber nur wenn ihr wirklich noch, wenn ihr noch richtig Energie habt. Ihr wisst ja, ich glaube ich gar nicht, wenn ihr kommt Four Roses, dann zieht euch die in jeden aus der Hose. Also ihr müsst schon mal Energie haben. Hat Leipzig noch Energie? Okay, wir machen den Deal. Wir spielen einen Akkord, der wird immer lauter. Und so wie wir lauter werden, werdet ihr auch lauter. So, wenn das funktioniert, dann geht's los. Wir versuchen es mal. Achtung, Leipzig! Es war mal ein Punkt, es gibt Leipzig. Und wir sind viel lauter gewesen. Ihr wisst, wenn wir lauter werden, richtig laut werden, tierisch laut, Freunde. Versuchen es nochmal, Leipzig! Tschüss! Musik Musik